Na hallo zusammen, hier ist wieder heutzutage und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so eine kleine Folge von meinem Gold-Tagebuch präsentieren. Wir waren mal wieder fleißig, haben das ein oder andere Gold gemacht und wir wollen uns jetzt zusammen angucken, was wir so im Postkasten haben, wie viel wir investiert haben und was dann auch schlussendlich rausgekommen ist. Ich muss ehrlich gestehen, dieses Mal bin ich mir nicht sicher. Ich vermute, dass das nicht ganz so gut lief, weil ich sehr, sehr viel Gold ausgegeben habe. Und ich hoffe, dass ich das wieder reinhole. Die Woche war leider ein bisschen eine Slackerwoche. Ich war jetzt quasi die erste Woche wieder in der Arbeit, war die ersten Tage tot und habe mit WoW einfach gar nichts gemacht. Und dann haben wir die restliche Woche Achievements gemacht, Raid-Achievements komplett gemacht, Dungeon-Achievements komplett gemacht, im Plus und andere Geschichten. Also ich bin, ich glaube, das war die schlechteste Goldwoche seit Shadowlands Release, von dem, was ich da an Zeit rein investieren konnte. Ich hoffe jetzt aber, dass es trotzdem passt. Jetzt gucken wir mal, wo wir letzte Woche stehen geblieben waren. Wir waren letzte Woche beim Endbetrag von 22 Millionen Gold. Wir hatten 18 Millionen Gold eingenommen in der Woche, wobei, wie gesagt, das ist eher, hatte ich ja da schon erklärt, eingenommen ein bisschen schwierig, weil wir quasi, eigentlich müssten wir zwei Wochen für die 18 Millionen zusammenziehen, weil hier haben wir 7,4 Millionen Minus gemacht und dann hier die 18 Millionen Plus. Eigentlich muss man die beiden miteinander verrechnen. Dann sind wir aber trotzdem noch ein bisschen über 10 Millionen. Gut, auf jeden Fall am Ende waren wir bei 22 Millionen Gold. Und jetzt sind wir aber ziemlich runter vom Gold. Ich kann das euch mal zeigen. Wir haben jetzt hier auf meinem Main-Account, haben wir noch 2,97 Millionen, ne? Also nicht mehr sonderlich viel. Das können wir jetzt mal uns hier in den Taschenrechner eingeben. 2,97, machen wir das einfach mal so, ne? Und dann gehen wir mal auf den zweiten Account und da habe ich auch nicht mehr so viel. Da habe ich jetzt noch 5,7 plus 5,706 oder wir machen das mal Unikomma. Also wir haben noch 8,676.000. Jetzt machen wir das mal, jetzt schauen wir mal nach, wie viel haben wir genau gehabt? 22,22,44,22, ach shit, 22,44,1. Ach, wir machen es jetzt einfach minus 8. Irgendwie, ich weiß jetzt, ich habe jetzt die Zahl mir nicht genau gemerkt. Gut, wir haben etwa 13, fast 14 Millionen ausgegeben jetzt die letzte Woche. Und jetzt hoffe ich mal, dass das wieder reinkommt. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt als erstes den kleineren Goldbetrag auf meinem Main an. Und zwar die Leute, die jetzt schon 1,5 folgen, mitzuschauen. Die wissen ja, ich verkaufe auf meinem Main die Leder- und Schmiede-Items. Hier diese Sachen, die 168er, also mit mal des Handwerks 2, diese Items. Das Problem ist, auf Antonidas gibt es halt zu viele Leute, die das verkaufen. Und ihr seht, im Schnitt sind die Dinger nur noch 2.000 Gold wert. Es gibt ein paar Ausreisern, mal hier 5.000, mir noch 4.000, 3.000. Aber im Schnitt sind wir nur noch bei so 2.000 Gold. Damit macht man einen kleinen Gewinn, ein paar 1, 2, 3, 4, 100 Gold Gewinn, aber nicht mehr das große Gold. Das werden wir uns jetzt mal rausnehmen. Ich habe gerade relockt. Dementsprechend, ja, müsste da ein bisschen was drin sein. Wir haben jetzt hier 647 Verkäufe. Ich würde sagen, da machen wir jetzt einfach mal hier los mit TSM, rattert es runter. Ich kann euch nebenbei den Chat hier anmachen. Seht ihr das auch nochmal? Da ist jetzt nichts sonderlich Interessantes drin, würde ich behaupten. Das sind halt jetzt hier alles. Diese Kleinbeträge, ihr seht, ab und an verkaufe ich nochmal was für 9.000. Ich habe meine TSM-Einstellung ja so weit angepasst, dass ich die Items reinhaue, also dass ich die Leute unterbiete. Und Minimumverkaufspreis ist bei mir 2.000 Gold. Unter 2.000 Gold geht nichts. Jetzt sagt ihr, okay, hier ist 1.900 irgendwas. Es gibt ja immer diesen 5% Cut, der noch weggeht. Deswegen, wenn ich was für 2.000 verkaufe, kriege ich nicht die 2.000, sondern halt 1.900 und ein bisschen was. Das ist klar, dass da noch ein bisschen quasi sich das Auktionshaus bzw. Blizzard in dem Fall ein bisschen was rausnimmt, dass immer so ein bisschen Gold noch aus der Wirtschaft rausgenommen wird. Dann habe ich so eingestellt, dass ich 10.000 maximal Verkaufspreis habe und da stellt er immer die Items ein. Wenn jetzt zum Beispiel ein Item drin ist, was Crit und Tempo hat und nur andere Items drin sind, die jetzt Mastery und Versa und so weiter, die anderen verschiedenen Stat-Kombis drin sind. Aber dieses eine mit Crit-Mastery oder Crit-Tempo oder je nachdem, was es halt ist, nicht im Auktionshaus ist, stellt er die einen Stats für 10.000 ein. Und die werden oft auch verkauft tatsächlich, weil die Leute bestimmte Stats haben wollen. Auch für ihre, ich mutmaße mal Twings, weil das sind ja meistens wahrscheinlich Twings, die jetzt ein bisschen nachgezogen werden. Ich denke mal, die meisten Mains brauchen keine 168 Items. Was ich aber ein bisschen befürchte, muss ich euch ehrlich sagen, jetzt mit den Ruhmstufen, die man hochballern kann, kriegt man ja relativ gutes Gear so schon. Also man kriegt durch die Ruhmstufen, wenn man die erhöht, jetzt schon 100, ich glaube, 184er Gear habe ich jetzt durch Worldquest schon bekommen. Ich meine hier zum Beispiel den Hammer habe ich von dem Rare bekommen. Oder hier, ich meine, das habe ich auch von der Worldquest gekriegt. Ich finde, Main brauche ich jetzt 184 nicht. Aber ich denke mal, für den einen oder anderen Twink ist das eine schöne Sache, wenn man mit dem dann easy über die täglichen Quests seine Ruhmstufen hochballert und dann dementsprechend, ja, sich relativ gute Items holen kann. Dann wird wahrscheinlich dieses 168er Crafting Gear eher so ein bisschen zum Lückenfüllen da sein und weniger in Massen gekauft, so wie es jetzt noch der Fall ist. Da muss ich mal abwarten, wie es sich entwickelt. Ich hoffe, dass ich vielleicht den Preis auch nochmal ein bisschen hochgedrückt bin, hochgedrückt bekomme. Ich bin ja schon am überlegen, ob ich da eventuell auch hergehe und sage, komm, ich kaufe jetzt mal alles raus, resette den Markt, gehe ein bisschen höher mit den Preisen, setze vielleicht mal alles auf 5, 6, 7, 8000 Gold. Das wäre eine Überlegung. Das Problem ist, ich glaube, da sind zu viele Akteure im Markt, als dass ich das vernünftig durchsetzen kann, ohne dass ich dann ewig viele Items aufkaufe und dann danach auf einem hocken bleibe. Das ist halt immer ein bisschen risky tatsächlich. Gut, jetzt haben wir alles rausgenommen. Was haben wir jetzt? Was sagt mein Add-on? 1,8 Millionen waren jetzt diese paar hundert Sachen wert. Hier haben wir noch irgendwas reingekauft. Das können wir weghauen. Von Blizzard haben wir auch noch eine Mail. Also hier 1,85 Millionen. Knappe 2 Millionen war da drin. Das ist der kleinere, kleinere Punkt im Endeffekt. Jetzt würde ich sagen, schaue ich mal den größeren Punkt noch an. Und zwar, wo natürlich die meisten Kosten draufgehen, ist hier bei meinem Twink. Da verkaufe ich die teuren Items und zwar die Legendaries. Und da müsste auch ein bisschen mehr drauf sein. Hier haben wir jetzt Verkäufe. 365 Verkäufe. Hier ist aber auch alles drin. So ganz low Sachen, die ich einfach nur loswerden will. Als auch die teuren, die über 100k kosten. 1,6 Millionen haben wir hier drin. Vorhin habe ich Relogged. Auf der ersten Seite 4 Millionen. Ich hoffe mal, dass auf den anderen Seiten, wenn jetzt das im etwa gleichen Verhältnis ist. Wir haben 4 mal 4 Millionen drin. Dann wären wir bei 12. Ne, 3 mal 4 Millionen wären wir bei 12. Und dann nochmal eine halbe. Dann wären wir bei 14. Dann wären wir ja im Plusbereich plus die 1,8. Mal gucken, ob das der Fall ist. Ich würde sagen, wir öffnen das jetzt mal hier raus. Ich hoffe, Gold Cap müsste ich auf jeden Fall kriegen. Und ja, dann schauen wir mal, was hier rumkommt. Seht ihr, geht der Counter so ein bisschen hoch. Ich kann euch auch hier den Chat einblenden. Okay, jetzt stagniert es ein bisschen. Ah ja, jetzt geht es. Da geht was weiter. Also das sind alle möglichen Items. Ich verkaufe mit dem sowohl Leder als auch Platte. Und Stoff habe ich auch. Das habe ich das letzte Mal hochgeballt. Was ich nicht gemacht habe, kann ich gleich jetzt mal sagen. Ich habe erst jetzt mal angekündigt, dass ich wahrscheinlich mal noch Indie oder Juve und sowas noch hochlevel. Und dann die Berufe auch benutzen, Gold zu machen. Das ging mir die Woche zeitlich einfach nicht auf. Ich habe so viel anderes tatsächlich real life technisch und in WoW mit Items um die Ohren gehabt, dass ich da leider nicht zugekommen bin. Aber das werden wir uns vielleicht mal für die nächste Woche so ein bisschen ins Auge fassen. Und mal gucken. Also jetzt haben wir hier gleich Cap rausgeholt. Jetzt kann ich gleich nichts mehr aufnehmen. Okay, wir sind jetzt am Gold Cap. Was haben wir bis jetzt rausgeholt? Wir haben jetzt 8 Millionen rausgeholt. Und es ist jetzt noch ein halbes Gold Cap drin. Okay, ich glaube, wir könnten auf jeden Fall in den Plus-Bereich kommen. Ich glaube, das sieht gut aus. Wir haben nichts gewastet. Ich hätte echt richtig Schiss, dass ich Hardcore verkackt habe. Ich sage es euch, weil ich habe Mitte der Woche, am Mittwoch oder am Donnerstag, habe ich mal reingeguckt. Und da sah es halt echt so aus, ob ich Minus gemacht habe. Aber ich glaube, das sieht jetzt ganz gut aus. Aber einen großen Gewinn haben wir nicht gemacht. Was kann ich denn ihm hier rüber schicken? Der hat 4,6. Dann schicken wir ihm doch 5,3 Millionen rüber. Halt, das ist das Falsche. Jetzt muss ich bloß schauen, richtiger Char. Ja, 5,3 Millionen, haben wir genug Nullen? Jetzt muss ich mal gucken. Tela mit dem Axon. Gut, also das schicken wir jetzt einmal rüber. Dann ist der auch wieder halb am Cap. Und dann fangen wir an, hier weiter rauszunehmen. Dann schauen wir mal, wo wir am Ende landen. Ich habe ja nämlich noch so 3, 4 Millionen, hatte ich ja noch auf anderen Servern. Das stammt noch aus BFA-Zeiten. Da habe ich ja auf sehr vielen Servern auch mit verschiedenen Itemen gehandelt und gecraftet. Ich habe mir da richtige Infrastruktur auf 3, 4 Servern aufgebaut. War sehr aufwendig. Und da habe ich noch einiges an Gold über. Okay, jetzt werden wir gleich hier nochmal ans Gold Cap kommen. Okay, jetzt haben wir zwei Chars mit Cap und haben jetzt noch 3 Millionen drin. Ich glaube, wir sind da auf jeden Fall im Plus-Bereich. Jetzt haben wir hier auf dem Account 14 Millionen und auf dem Account 10. Dann sind wir schon mal bei 24. Okay, Leute, alles gut. Und hier sind nochmal 3 Millionen drin. Dann sind wir bei 7 und... Okay, wir haben bloß... Gott sei Dank. Ich dachte echt, dass ich richtig miese gemacht habe. So, jetzt muss ich mir bloß überlegen. Auf das bin ich jetzt gar nicht vorbereitet. Jetzt muss ich mal tatsächlich das Gold noch irgendwo hinschaffen. Warte mal, wo schickt man das jetzt hin? Ich habe da bestimmt noch irgendeinen Twink. Ah, warte mal. Ich weiß, auf welchen Char ich das schicken kann. Jetzt darf ich bloß nicht verkacken. Wie viel können wir denn noch rüberschicken? Also ich habe noch hier drin 3 Millionen. Komm, dann schicken wir nochmal 4 Millionen zu dem Twink. Tun wir das mal hier. Machen wir den Täler. Der ist nämlich auch schon auf Stufe 60. Oder schicken wir dem mal 5 Millionen. Machen wir das mal so. Hier sind es 5 Millionen. Okay. 5 Millionen weg. Muss ich dann gleich nochmal umloggen. So, dann packen wir das mal noch alles raus hier. Im Moment ist das ein ziemlich harter Kampf im Auktionshaus um Verkäufe. Ich muss eigentlich ständig reposten. Und das ist ein bisschen ärgerlich, dass man so Multibox-Add-ons nicht mehr benutzen kann. Ich verstehe es ja, wenn man mit 10 Charts rumläuft und irgendwelche Mobs umhaut, dass das Blizzard jetzt nicht mehr will. Aber ich würde halt gerne auf beiden Accounts gleichzeitig eine Taste spammen können, dass ich einfach die Sachen wieder reinsetzen kann ins Auktionshaus. Das wäre schon ganz gut. Ich will aber das Risiko nicht eingehen, dass ich dann irgendein Programm mir draufhau, dass das macht und ich dann in den Account los bin deswegen. Jetzt muss ich halt immer, wenn ich irgendwas am Machen bin, rüber switchen aufs andere WoW und da dann für eine Minute oder so rein spammen, weil ich doch relativ viel habe. Und dann kann ich das wieder weitermachen. Im M-Plus mache ich das natürlich nicht, aber wenn ich jetzt selber irgendwo unterwegs bin, dann gucke ich so ein bisschen. So, ich würde sagen, wir tragen jetzt hier mal die Beträge schon mal ein, während wir umloggen. Hier auf dem Main-Account haben wir jetzt 10.123.000. Also, 10.123.000. Und hier auf dem zweiten Account müssten wir jetzt, ja vorher waren 14 drin, müssten jetzt um die 17 rum sein, wenn ich das nur aus dem Postkasten rausnehme. Okay, dann sind wir ja zumindest, haben wir dann ein bisschen was Plus gemacht, ein paar Millionen, was ja schick ist, dafür, dass das jetzt die Woche, wie gesagt, konnte ich einfach nicht so aktiv sein. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe 60 bis 70 Prozent wirklich am Samstag und teilweise, also ich habe fast alles am Samstag, beziehungsweise ein bisschen auch was am Freitag gemacht. Das waren die zwei Tage, wo ich aktiv war. Heute bin ich auch wieder zu nicht sonderlich viel gekommen, tatsächlich. Ja, heute musste ich nur schauen, dass wir die ganzen in Plus durchballern. Dass ich wieder eine vernünftige Weekly-Chest rauskriege. Oh, ich sehe gerade, mein Twink, der ist hier in einer Class Hall oder in einer, ne, nicht Class Hall, Paktzentrale, wie ich so gern schimpfe. Da muss ich mal gucken zum Briefkasten. Weißt du, was ich gerade ahne? Mit dem bin ich eigentlich auch immer Sachen am Verkaufen. Die habe ich gar nicht, äh, äh, okay, der hat 400 Mails. Das ist eigentlich, das ist mein, wenn ihr das aus Dings-Zeiten noch kennt, aus BFA-Zeiten, das ist mein Crap-Verkauf. Ja, aber den vernachlässige ich gerade. Also der hätte ja auch noch ewig viel Zeug und wahrscheinlich ist da auch ein bisschen Gold hinten dran. Aber im Moment komme ich einfach nicht zu, dass ich das Zeug auch noch verkaufe. Jetzt nehmen wir die 5 Millionen hier mal raus und den Rest, ähm, jetzt muss ich bloß mal gucken, wann läuft denn das aus? 23 Tage, 20, ach, scheiße. Ah, das muss ich auch mal nur irgendwann machen. Nicht, dass mir das ganze Zeug verschwindet. Okay, das mache ich aber morgen. Das machen wir jetzt nicht in der Aufnahme, weil das würde zu lang dauern, dass ich das jetzt alles rausnehme. Okay, sowas habe ich geschätzt. 17.270.000. 17.270.000. Dann sind wir bei, ähm, 27.383.000. Und damit, ähm, haben wir fast 5 Millionen plus gemacht. Ja, du, 5 Millionen, ein halbes Goldcap in der Woche, die so optimal war, ist doch, ist doch gut. Gut, kann mir, gut, natürlich die 18 Millionen letzte Woche waren natürlich Knalle, aber bin ich voll zufrieden. Ich bin, ich wäre auch mit 0 Gold plus zufrieden gewesen, weil ich echt Schiss hatte, dass ich Minus gemacht habe. Okay, ähm, wann haben wir gestartet hier? Hier haben wir gestartet mit 1,4 Millionen, die wir investiert haben. 1, 2, 3, 4. Okay, ich habe innerhalb von 4 Wochen aus 1,4 27 Millionen gemacht. Jetzt speichern wir das mal ab. Gut, mal gucken, ob das die nächsten Wochen so weitergeht, ne. Dann kann ich mir bald mal wieder irgendwas Teureres kaufen. Und ja, ähm, eventuell, wenn, ich sag mal eventuell, wenn wir beim nächsten Gold Opening zwei zusätzliche Sachen mit reinnehmen. Einmal versuche ich mal den Twink hier, äh, das Zeug immer noch abzuverkaufen. Dann kann ich meinen Crap Chart zusätzlich noch öffnen und mir schauen, was wir da verkauft haben. Und, ähm, ja, das war die letzte Woche schon gesagt, eventuell schaffe ich es, dass ich die anderen Berufe auf Max Skill und dann da nochmal ein bisschen was verkaufe. Dafür muss ich aber blöderweise meine Twinks erstmal durch, durch quasi den Schlund einmal durchquesten und die ein bisschen hochleveln, ne. Deswegen, hm, schauen wir mal, ob das klappt. Gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an der Stelle. Plus haben wir wieder gemacht. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps, Tricks habt, ähm, oder irgendwelche Fragen, schmeißt die gerne unten mit in die Kommentare. Und dann sehen wir uns in der Woche wieder, um zu gucken, wie es aussieht mit dem Gold. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne gute Nacht. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Äh, ciao.